Mach's wieder an. Oh, dich mag es also, oder? Lass es noch mal kraffen. Fackel den Heuhaufen da drüben ab. Los, Mann, vorhin hast du auch gleich losgeballert. Du kannst das. Oh, shit! Oh, mein Gott! Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Na los, schieb mal! Bitte sei vorsichtig. Scheiße! Scheiße! Was? Meine Tasche. Was? Die Tasche mit meinem Geld ist noch in der Bar. Von wie viel reden wir denn hier? Sechzig, siebzig. Was, tausend? Ja! Tausend? Sechzig Riesen und ne Alien-Knarre? Wer zum Teufel seid ihr Jungs? Steig in den Wagen, wir fahren. Los jetzt! Und halt das Ding nach unten! Ist das jetzt euer Ernst?